Hallo Freunde der Virtual Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem Sale-Video und ja, mein erstes Sale-Video eigentlich, aber die Liste, die ich jetzt gefunden habe oder die ich durchforstet habe, war echt so krass, dass ich sagte, da musst du jetzt ein Video zu machen, denn da sind so coole Spiele dabei, die so gut runtergesetzt sind, dass man echt zuschlagen sollte und ja, es sind natürlich nicht alle Spiele dabei, da sind mir mit Sicherheit einige durch die Finger geflutscht, es gibt echt teilweise sehr, sehr gute VR-Games momentan, muss man einfach sagen. Also wir haben da meiner Meinung nach kein Problem mehr, dass wir wirklich gute Spiele lange suchen müssen und ja, Steam hat da jetzt sehr viele Prozente und ich würde sagen, nach dem Intro schauen wir uns die Liste mal an. Viel Spaß! So Leute, ja, das ist erstmal die große Liste, die Steam da hat und schaut euch mal die ganzen VR-Games an, ist einfach Wahnsinn und ich habe mir mal hier ein paar Sachen rausgepickt und gehen wir mal zum ersten Titel und das ist Hellblade Senua Sacrifice und das habe ich damals auch auf meinem Kanal vorgestellt, habe ich mal, ich glaube, weiß ich nicht, 50 Minuten oder so gespielt. Eigentlich ein Flat Game, was VR zusätzlich dazu bekommen hat und ich muss sagen, sehr geil umgesetzt, also man spielt wirklich aus der dritten Perspektive, also aus der dritten Person und guckt ja über die Schultern. Das Spiel hat einen Megasound, also bitte, wenn ihr das spielt, nicht mit originalen Rift oder Quest-Sound hören, sondern zieht euch Kopfhörer an. Der Sound ist einfach unglaublich genial und ja, kostet jetzt 7,49 Euro und wer das Spiel nicht hat, sollte hier echt zuschlagen. Meiner Meinung nach echt einen Top-Titel und für 7,50 Euro macht man ja echt nichts falsch und ja, falls ihr euch das angucken wollt, schaut einfach mal auf meinen Kanal, gebt da Hellblade ein und dann seht ihr das Video. Okay, kommen wir zum nächsten Titel und das ist ein Horror-Schocker der Extraklasse, sage ich mal, also da, da, da wurde mir echt anders und lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Jeder kennt es, Paranormal Activity, The Lost Soul und ja, ziemlich alt schon, aber trotzdem ziemlich gut. Kostet 8,39 Euro und auch hier gilt, wer gerne Horror mag, sollte hier definitiv zuschlagen. Geiler Titel und für 8,40 Euro macht ihr echt nichts falsch. Halt, halt, falsch natürlich. Zum nächsten Titel. So, und das ist Vertigo Remastered und ich habe es zweimal gestreamt, glaube ich sogar. Richtig cooler Titel, also das war für mich ein Überraschungserfolg, hat mir richtig gut gefallen und sollte sich echt jeder mal anschauen und hat auch sehr gute Bewertungen, wie wir sehen. Und da kommt demnächst auch ein zweiter Teil raus, war auch, glaube ich, einfach anfangs nur ein Flat Game, wurde dann aber auch in VR umgesetzt, soviel ich weiß, aber hat mich positiv überrascht, muss ich sagen und ja, kann ich nur empfehlen, 12,59 Euro, überlegt euch das, guckt euch gerne mein Gameplay an, auch einfach wieder bei Tupac VR suchen, Vertigo Remastered und ja, dann werdet ihr auf jeden Fall fündig. Ich gucke auch, dass ich ein paar Games in die Infobox packe, dann könnt ihr da auch mal reinschauen. Okay, weiter geht's. Ja, Arizona Sunshine kennt auch jeder, war einer der ersten VR-Titel, die ich so gespielt habe und ja, cooler Titel, muss man einfach sagen, macht heute noch Spaß und kommen auch immer wieder DLCs raus. Falls ihr euch wundert, eine Stunde neun genug gespielt, nein, ich hab's eigentlich auf beiden Plattformen, Oculus und auf Dings und ich hab's mehr auf Oculus gespielt. Hier hab ich nachher nur so ein bisschen Koop-Gameplay gemacht mit dem Chris, das DLC damals. Und ja, kostet jetzt 14,79 Euro, auch ein Top-Preis für dieses Game, auch wenn's schon alt ist, aber lohnt sich meiner Meinung nach. Hat PvP, hat Online-Koop, also auch genial, alle Brillen werden unterstützt. Solltet ihr euch auch anschauen, falls ihr das noch nicht habt. Weiter geht's. Ja, Half-Life Alyx, einer der besten VR-Titel meiner Meinung nach und ich glaub, da pflichtet mir auch jeder bei. Ist nicht so krass runtergesetzt, aber hat einen kleinen, ja, kleinen Prozentsatz gekriegt. 25% runter, 37, 49, ist noch immer viel Geld, aber ist ein AAA-Game und dafür bezahlt man natürlich so viel und lohnt sich trotzdem, solltet ihr euch definitiv anschauen. Alle Brillen werden unterstützt, Index, Vive, Rift, WMR-Brillen. Also zu dem Game muss man nix mehr sagen, hab ich auch auf meinem Kanal komplett durchgespielt. Falls ihr Gameplay sehen wollt, gerne mal bei mir reinschauen. So, weiter geht's. Elite Dangerous. Es ist ein Spiel, was ich absolut noch gar nicht gespielt hab. Ich hab's einmal in VR erlebt. Ist ein Megagefühl, wenn man auf so einer Raumstation zufliegt und so weiter. Und, ja, Megatitel gab's auch da letztens noch im Epic Store umsonst. 6,24 Euro kostet es hier. Im Epic Store war's umsonst, aber gut, 6,24 Euro ist auch nicht viel. Der, ähm, VR-Buddy oder Buddys VR-Lounge, der Giovanni, der spielt das immer wieder auf seinem Kanal. Also schaut da mal rein. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Der kennt sich mit dem Game mehr aus als ich, aber das ist definitiv ein Titel für alle Leute, die Simulationen und, äh, Weltraumsimulationen gerne spielen. Die sollten sich diesen Titel auf jeden Fall mal anschauen. Okay, dann haben wir Skyrim. Es war schon öfters ziemlich runtergesetzt. Jetzt nicht mehr so krass. Kostet jetzt 19,79. Trotzdem noch ein guter, äh, ja, guter Preis für dieses Game. Ich hab's, glaub ich, mal im Sale irgendwo für 6 Euro auch gesehen. Werden auch wieder alle Brillen unterstützt. Und, äh, zu dem Game braucht man auch nicht viel sagen. Da gibt's auch sehr viel Gameplay-Material zu. Aber gehört eigentlich auch auf eine Liste, was man haben sollte. Ich hab's ehrlich gesagt nicht, weil ich auch gar keine Zeit dafür habe, so ein Spiel durchzuspielen, weil's, äh, mega viel Inhalt bietet. Aber, äh, ich hab's als Flatgame gezockt und, äh, da fand ich schon geil. Und, äh, in VR ist das, äh, auf jeden Fall auch, äh, ja, erlebenswert, sag ich mal. Okay, nächster Titel. The Walking Dead Saints and Sinners. Und das ist, äh, ja, eines der besten Walking Deads, äh, die wir so erleben können in VR. Ja, und, ähm, ist jetzt nicht so krass runtergesetzt. 20 Prozent. Kostet immerhin noch 27,19. Gab's letztens im Humble Bundle, äh, sehr, sehr krass runtergesetzt im Humble Bundle. Und, äh, ja, ähm, ich glaub, ich hab sogar noch einen Key zu verlosen. Der kommt aber noch mal, wenn ich, äh, Walking Dead noch mal, äh, aufnehme oder livestreame. Dann werde ich den verlosen. Ähm, ist ein Titel, der auch Horroranteile hat. Also, es ist schon creepy, wenn man in so dunkle Häuser reingeht und dann überall, äh, diese, diese Zombies hört. Und aber richtig coole, ähm, Physik, was die Waffen angeht. Also, gefällt mir. Ähm, einzige, was hier fehlt, ist ein Koop-Modus. Ansonsten bietet das echt sehr, sehr viel. Und ich hab schon auch sehr viel, äh, Gameplay davon gesehen. Ich hab selber auch nur ein Zwei-Stündchen gespielt. Aber einfach geiler Titel. So, weiter im Text. Da sind wir bei Rick & Morty. Virtual Rig-Eality. Und, äh, ja, es ist ein Game, was ich auf der Oculus Rift CV1 gezockt habe damals. Hab ich sogar ein, ein Video gemacht. Eines der ersten Videos auch, die ich gemacht habe. Und, äh, ja, wer Rick & Morty liebt, der wird das hier auch lieben. Also, äh, cooler, ja, cooler VR-Titel mit sehr viel, äh, Rick, äh, Fun, sag ich mal. Also, diesen Humor muss man halt mögen. Wenn man mit der Serie nichts anfangen kann, wird man das auch hier nicht mögen. Von daher nur wirklich für, äh, Fans von Rick & Morty. Und kostet 11,19 Euro. Sollt ihr euch auch mal überlegen, falls ihr Rick & Morty sehr, sehr nice findet. Also, nächster Titel. Da sind wir bei Onward. Ja, Onward kennt jeder Shooter-Fan. Ist, äh, auch eine richtig krasse Simulation, muss man einfach so sagen. Hat nichts mit Medal of Honor oder so zu tun. Und, äh, macht Spaß. Ähm, unterstützt die Behaptics-Weste. Unterstützt auch, ähm, den Force-Tube von ProTube. Und, äh, ich hab's damit gespielt mit beiden Teilen und macht mega viel Spaß. Ist aber im PvP auch ziemlich hart, muss man auch dazu sagen. Also, ich spiele lieber gegen die KI. Äh, die ist ein bisschen fairer als, äh, die, die PvP-Leute. Äh, äh, und, äh, kostet 11,49 Euro. Hier sollte auch jeden Fall auch jeder Shooter-Fan, ja, zuschlagen, sag ich mal. Na, dann haben wir einen Multiplayer-Titel. Carnage Chronicles, äh, da wird's bald auch einen, äh, 4-Player-Koop-Gameplay geben auf meinem Kanal. Da hat der Entwickler Mia Keys zur Verfügung gestellt. Nordic Trolls sind das. Und die haben das Spiel jetzt komplett released. Und sollte man auch mal erwähnen. Also, ich hab's damals noch in der Early Access gespielt, äh, mit dem Nullpointer und der, ähm, Gaming-Lady Nikki. Und, äh, uns hat's mega viel Spaß gemacht. Es war teilweise sehr, sehr hart, äh, vom Gameplay her. Also, sehr schwer. Aber cool gemacht. Cooles, äh, RPG-Rollenspiel. Ist jetzt 50 Prozent runtergesetzt. 11,49 Euro. Und, äh, einfach geiler Titel. Wer auf Fantasy-Gameplay steht, äh, bietet Koop-Gameplay, was eigentlich ja immer wieder gefordert wird von uns, äh, VR-Leuten, VR-Fans. Und das bietet das. Und das sollte man definitiv auch mal erwähnen. Und, äh, für mich, äh, klare Empfehlung. Für 11,50 Euro solltet ihr hier zuschlagen. Da sind wir wieder beim Shooter Contractors. Geiler Titel. Ich hab's jetzt mit dem Hoshi 82 im, äh, Koop-Modus gespielt, der jetzt neu dazugekommen ist. Und der macht auch mega viel Spaß. Und, äh, hier könnt ihr auch, äh, mit dem Force-Tube spielen. Mit der Bi-Haptics-Weste. Die wird auch unterstützt. Und, äh, ja. Geiler Titel. Hat sehr viele positive Bewertungen bekommen. PvP-Modus, ähm, Koop-Modus ist drin. Man kann, äh, also modfähig. Also ihr könnt euch Mods runterladen, andere Maps runterladen. Wir haben auf einer, ähm, Call-of-Duty-Yacht gespielt. Äh, haben wir Pistol-Only-Modus uns runtergeladen. Also, mega geil. Hat Spaß gemacht. Auch wenn ich verloren hab. Aber, äh, hier kostet das 50% weniger. Also 8,39 Euro. Leute. Geiler Titel. Der wird weiterentwickelt. Schlagt ihr zu. Äh, da könnt ihr auch echt nichts falsch machen. Also, wer auf Shooter steht, schaut euch Contractors an. Ja, einer meiner Lieblingstitel, wer meinen Kanal kennt, äh, der kennt dieses Spiel auch. Das Feel of the Fight. Und, äh, wer gerne mit seinem VR-Headset, ähm, Sport treiben möchte, kommt an diesem Titel definitiv nicht vorbei. Klar, es gibt genug Musikrhythmus-Games, die auch super viel, äh, ja, super viel Schweiß treiben, sag ich mal. Aber das Game hier, äh, lässt euch echt am nächsten Tag, äh, ja, da hofft ihr eigentlich, dass ihr euch noch bewegen könnt. Also, mir ging's damals so, ich kam echt nicht mehr aus dem Bett raus, echt krass. Und, äh, ja, der wird auch immer weiterentwickelt, dieser Titel hier. Gibt's auch auf, äh, auf der Quest, was sehr geil funktioniert. Äh, selber aber hier, äh, werden auch immer wieder Updates rausgehauen. Und, äh, ja, da solltet ihr auch zuschlagen. Kostet 7,99 Euro, also der Standardpreis 10 Euro ist schon nicht zu viel. Und, äh, 8 Euro für dieses Game ist einfach, meiner Meinung nach, zu wenig. Also, ihr könnt hier echt viel Spaß haben. Ist mehr eine, ähm, Boxing-Simulation als eine Arcade-Boxing wie Creed. Zu Creed kommen wir gleich auch noch. Aber, äh, das hier ist wirklich, ja, eine Simulation, kann man sagen. Okay, weiter im Text. Star Wars Squadrons, ich hab's selber auch noch nicht gespielt. Und, äh, wie gesagt, ich, momentan, äh, zeitmäßig ist es zu krass, dass ich mir jedes Spiel anschaue und ein Video zu mache. Finanziell ist es zu krass. Ich kann mir echt nicht leisten, jedes Gameplay aufzunehmen, jedes Game zu kaufen, es liegt einfach nicht mehr drin momentan bei mir. Und, äh, von daher, sorry, Leute, weil ich euch nicht jedes, äh, Gameplay, jedes neue Gameplay zeigen kann. Äh, Keys kriegt man für solche Spiele natürlich auch nicht als kleiner Kanal. Äh, ich versuch schon viel zu zeigen. Aber alles ist mir natürlich nicht möglich. Und, äh, ja, hier gibt's 40 Prozent runter, 23,99. Ähm, ja, überlegt euch das. Ähm, wird von vielen Leuten empfohlen. Hier, ähm, raten auch einige Leute davon ab. Äh, ich hab bisher echt nur Gutes davon gehört. Ähm, soll mega viel Spaß machen. Gibt's auch von meinen Kollegen auch schon einige Videos von. Und, äh, ja, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich denk, 24,99 Euro oder 24 Euro kann man echt, äh, nicht meckern. Okay, weiter im Text. SuperhotVR, auch einer meiner Lieblingstitel. Also, ich hab's, egal ob Flat, VR, ich lieb dieses, dieses Genre und, äh, diese Art, äh, zu spielen. Und ist runtergesetzt auf 13,79 Euro. Gab's auch schon mal günstiger, auch im Humble Bundle. Aber trotzdem hier, äh, geiles Gameplay gibt's auch auf meinem Kanal. Schaut definitiv da auch mal rein, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Also, ähm, ein Must-Have-Titel für VR einfach. Egal, lasst euch von dieser abstrakten Grafik nicht, äh, stören. In VR sieht das sowas von genial aus. Ist halt was anderes, ist mal was anderes. Und es gab jetzt auch letztens noch ein Update dafür, Boxing Day Update. Da ist ein neuer Modus auch reingekommen. Und, äh, neue Optionen, Speicherslots und so weiter und so fort. Also, lohnt sich, sollte man auch, äh, definitiv in VR haben. Dann kommen wir zu Out of Ammo. Haben wir damals auch mal auf dem VR-Pack-Channel getestet. Hat, äh, einen Online-Modus, also Online-Koop-Modus. Und, äh, wenn's nicht so günstig wäre, hätt ich, glaub ich, gar nicht mit in Liste genommen. Also, 2,04 Euro. Und, Leute, dafür solltet ihr definitiv zuschlagen. Ist ein cooler Titel. Man muss diese Grafik mögen. Aber, äh, ich fand, äh, ist echt genial. Er hat, bietet einen, ja, ein paar tolle, äh, Sachen, sag ich mal. Ihr habt eine Riesen-Map. Könnt, ähm, euch da ausrüsten. Könnt Türme bauen. Äh, könnt, äh, Einheiten bauen. Könnt in diese Einheiten auch reinschlüpfen. Und von da aus dann, äh, diese Wellen, die dann auf euch zukommen, dann auch, ähm, ja, bekämpfen. Hier steht's aus in VR-Tower-Defense. Und, äh, funktioniert echt cool. Ich hab's echt, äh, ich spiel's echt gerne. Äh, auch wenn ich nicht so krass dazu komme, da, äh, so oft reinzuschauen. Aber für zwei Euro, Leute, kaufen, kaufen, kaufen. So, weiter geht's. Ja, das ist ein Titel, den gibt's demnächst definitiv auf meinem Kanal. Transference und, äh, ist ein Ubisoft-Titel. Äh, soll sehr, ja, so Psycho-Thriller-Horrormäßig sein. Ich hab's, äh, nicht gespielt, weil mir damals, äh, zu teuer war. Und Ubisoft mir auch keinen, ähm, Tief zur Verfügung stellen, äh, wollte. Und, äh, ja, da ich mir nicht alles kaufen kann, hab ich gesagt, okay, da warte ich mal auf den Sale. Jetzt ist der Sale da. Und, äh, 5 Euro kostet das Spiel. Und ich denke, für 5 Euro kann man hier auch nichts falsch machen. Ähm, ja, ich werd's definitiv auf meinem Kanal testen. Und, äh, warum ich auch hier zugeschlagen hab, deutsche Oberfläche und Ton. Und, äh, genau deshalb hab ich hier zugeschlagen. Äh, muss man hier auch lobenswert dann erwähnen. Ich bin gespannt, wie der, äh, Titel ist. Also, es wird hier von sehr vielen Leuten positiv bewertet. Ich lass mich einfach überraschen. Lasst ihr euch auch überraschen, ob, äh, ich mal wieder schreie. Wie in fast jedem Horrorgame. Und, äh, ja, gibt's demnächst. Ich denke mal, aber erst im neuen Jahr. So, dann sind wir beim nächsten Titel. Westworld Awakening, das hab ich auch nicht gespielt. Fand ich, ich fand die Serie, die Staffel 1 damals, auf jeden Fall sehr geil. Und, ähm, da gibt's ja auch einen Film von. Und, äh, jetzt auch eine Serie da, äh, die jetzt neu aufgenommen wurde. Und, äh, ja, Servius hat das, äh, hier entwickelt. Kostet auch nur 5 Euro, hab ich auch jetzt zugeschlagen. Wird demnächst auch auf meinem Kanal geben. Aber für 5 Euro hab ich mir auch gedacht, egal wie das Game jetzt ist, kann man echt nichts falsch machen. ähm, und, äh, ist gut bewertet worden. Von daher, wenn euch das Genre gefällt, ähm, schaut einfach mal rein. Schaut euch die Trailer an und, ähm, ja, investiert das Geld. So, weiter geht's. Da sind wir wieder beim Boxen. Creed Rise to Glory. Und, äh, ja, da hab's ja damals auf dem VR-Pack-Channel ein richtiges, äh, äh, Turnier gegeben, was ich auch gewonnen habe. Aber mit Fahrtbeigeschmack, also der, der Online-Modus, also der Online-PVP-Modus, muss man einfach so sagen, funktioniert nicht so, äh, wie es eigentlich sollte. Wir hatten teilweise Phänomene, dass einer keinen richtigen Schaden machen konnte, äh, sich nicht quasi nicht wehren konnte. Und, also, da gab's so viele verschiedene Fehler, was den Online-Modus angeht, äh, dass man echt nicht sicher sein kann, ob man auch, äh, fairerweise gewonnen hat. Da gab's Kombinationen mit verschiedenen Headsets, die dann miteinander nicht funktioniert haben. Wenn der eine eine Pimax hatte, der andere eine Rift, hat's, äh, konnte der Rifter quasi Schaden machen, der, äh, mit der Pimax aber nicht und so weiter und so fort. Also, das war echt, echt übel. Aber der Singleplayer macht Spaß, ist aber relativ schnell vorbei, muss man auch sagen. Aber für 6,24 Euro, Leute, da kann man echt nicht falsch machen, hat die Rocky-Lizenz, äh, ihr habt da auch Rocky bei, den ihr auch spielen könnt, der ist euer Trainer in der, in der Kampagne und, also für 6 Euro kann man hier nichts falsch machen. Also, zuschlagen. Jetzt haben wir hier ein Spiel, was, äh, nicht viele auf dem, auf dem Schirm haben. Habe ich auch mit Nullpointer sehr viel gespielt, habe ich auch mal ganz früher auf meinem Kanal, äh, auch mal gezeigt, alleine. Dead Effect 2 VR und, äh, es hat, es ist ein Titel, was eigentlich mal als Flatgame rauskam, äh, hat dann eine VR-Portierung bekommen und, äh, die funktioniert echt mega. Also, ein richtig cooler, äh, Zombie-Shooter, sag ich mal. Kann, wie gesagt, im Koop-Modus gespielt werden, funktioniert echt gut. Macht Spaß und bietet einen mega Inhalt, also, auch an Waffen und so weiter. Ähm, es ist jetzt kein Triple-A-Game, aber, äh, trotzdem empfehlenswert für 6,89 Euro. Äh, also, schaut euch gerne mal Gameplay an. Äh, mir hat's gefallen und, äh, aber auch nur wirklich im Koop, da hat's Spaß gemacht. Ansonsten, äh, ja, Singleplayer, bin ich bei dem Spiel jetzt nicht so Fan von. Haben wir auf dem VR-Pack-Channel auch gezeigt. Ähm, wie gesagt, der Koop-Modus funktioniert echt sehr gut. Also, schaut euch das mal an. Ja, jetzt kommen wir hier zu Indes und, äh, einer auch meiner Lieblingsspiele, jetzt auch auf der Quest, obwohl's auf der Quest nicht so gut mit dem Tracking funktioniert, wie mit Lighthouses natürlich. Ähm, kürzliche Resessionen, äh, sind sehr negativ. Ich hab noch gar nicht reingeguckt, warum. Ich kann mir gut vorstellen, warum. Ähm, dieses Spiel ist ja, äh, von den Solfa Studios entwickelt worden, für PC VR. Und, äh, jetzt gibt's ja von Superbrite die Quest-Portierung und die haben, äh, das quasi das Originalspiel genommen und haben das jetzt noch erweitert. Jetzt kommt auch noch, äh, neuer Modus oder ist jetzt ein neuer Modus reingekommen, wo man wirklich nur auf einer Stelle steht und dann, äh, ja, so eine Art Wave-Shooter, sag ich mal, die Wellen auf euch zukommen. Und dann ist auch noch eine komplett neue Welt, die Hölle reingekommen. Und, äh, ich denke mal, weil das jetzt nicht Einzug in die PC VR-Version erhält, gibt's diese negativen Rezessionen. Wir können jetzt mal reingucken, aber, äh, 12,49 Euro ist ein geiler Titel meiner Meinung nach und ich kann's nur empfehlen. Macht mit Lighthouse mega viel Spaß, aber auch mit den anderen Brillen funktioniert's eigentlich ganz gut. Schauen wir uns mal ganz kurz die negativen Bewertungen an. Sorry. Und, ähm, ja, wegen dem Support, ne, weil's, äh, nicht mehr supported wird und so weiter und so fort, hab ich mir schon gedacht. Also, äh, gut, kann man auch verstehen, ne? Äh, das wird der Grund sein, warum hier so viele negative Bewertungen jetzt momentan reingekommen sind. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal, wenn ihr keine Quest habt, ähm, kauft euch's hier auf SteamVR, wenn ihr eine Quest habt, seid ihr wirklich besser aufgestellt, wenn ihr das jetzt im Quest, äh, Store kauft, weil dann habt ihr mehr Spieleinhalt. Aber für 12 Euro auch ein super geiles Game einfach nur. So, Horror Game hab ich auch gestreamt auf dem VR-Pack-Channel damals und, äh, hat für mich auch gereicht. Also, sehr kurzes Game, muss man sagen. Äh, ich glaub, anderthalb, zwei Stunden Gameplay ungefähr, aber richtig cooles Setting und, äh, auch ziemlich, äh, furchteinflößend, muss man einfach sagen. Äh, hat mir Spaß gemacht, das zu spielen und, ähm, kostet 5,99 Euro und auch eine richtig coole Empfehlung. Wer gerne Horror-Gameplay mag, äh, der wird hier mit Sicherheit nicht enttäuscht werden und auch wenn's nur anderthalb Stunden, zwei Stunden, äh, Spieldauer sind, für 6 Euro ist das auch vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Hab ich damals auch, äh, im, äh, Sale gekauft für, ich glaub, 8 Euro. So, dann haben wir Apex Construct, das gibt's auch für die Quest, äh, ist von Fast Travel Games und auch ein cooles Game, hab ich leider auch nicht durchgespielt, äh, hab ich letztens noch mal auf der Quest gespielt. Auch richtig cooles Bogengame, meiner Meinung nach und, äh, kostet jetzt auch nur 4,99 Euro, 75 Prozent runter und, äh, da kann man auch echt nichts falsch machen, muss man einfach sagen und, äh, auch, auch eine Empfehlung. Killing Floor Incursion, wenn's jetzt nicht so günstig wär, äh, weiß ich auch nicht, ob ich's mit in die Liste genommen hätte, aber kostet jetzt 4,19 Euro und, ähm, ich hab's damals, äh, mit einem Kollegen gespielt, im, äh, Koop-Modus, der Koop-Modus macht echt mega viel Spaß. Wir hatten aber auch einige Bugs, äh, wo wir dann auch nicht mehr weiterkamen und ich weiß nicht, inwiefern das jetzt, äh, gefixt wurde. Ich denke mal schon, weil das schon ziemlich lange her ist, wo ich das gespielt habe. Aber, äh, auch richtig cooles Gameplay, hat mir Spaß gemacht, äh, im Koop-Modus. Alleine weiß ich jetzt nicht, aber wie gesagt, dieser Koop-Aspekt, ist, äh, das, was ich immer super interessant finde, mit Freunden da wirklich durch die Welten zu ziehen und, äh, gegen Zombie-Horden zu kämpfen. Also, da gibt's coole Passagen, wo man auch Snipern muss und so weiter. Also, für 4,19 Euro, da, da haben wir's auch schon. Das fand ich echt cool, dass man, äh, zusammen da Snipern konnte und, äh, der andere, ein anderer muss da auch schon mal aufpassen, ob da nicht eine andere, andere von hinten noch kommt, ein Zombie. Also, echt cool. Zieht euch das mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, der nächste Titel ist Boiling Steel und das ist eigentlich ein Indie-Titel. Äh, ich hab's damals, äh, gezockt, als es rauskam und ich muss sagen, ich war echt begeistert. Also, ich hatte das in der Alpha gespielt und in der Beta, war da noch ziemlich, ziemlich, äh, ja, nicht enttäuscht, aber ich hab mir gedacht, oh, ob das was gibt, ne? Und dann hab ich die fertige Version gespielt und ich war echt begeistert, was daraus geworden ist und, ähm, das Spiel hat eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient, meiner Meinung nach und, ähm, viele Leute haben bemängelt, dass die Abwechslung so ein bisschen im Spiel fehlt, es ist nachher immer irgendwie das Gleiche, du landest auf so einer Station, musst das sammeln, mach das, äh, töte da die Gegner und so weiter und so fort. Gut, ich hab's jetzt nicht so lange gespielt, äh, aber das, was ich gesehen hab, hat mir gefallen. Grafisch, äh, sieht das top aus, die Waffen haben eigentlich Spaß gemacht und, äh, ja, also für 3,74 Euro, Leute, könnt ihr's echt mitnehmen, da macht ihr echt nichts falsch, meiner Meinung nach. Guckt euch das Gameplay an auf meinem Kanal, was ich gemacht habe und, äh, ja, dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, ob das was für euch ist oder ob euch das keine 3,74 Euro wert ist. So, nächster Titel, ein ganz neuer Titel und schon runtergesetzt, Grapple Tournament, hab ich in meiner VR News Sendung vorgestellt, hab ich ein kleines Gameplay auch zugemacht, ich weiß jetzt gar nicht in welcher, aber guckt gerne mal in die, äh, VR News Playlist rein, da steht's dann auch, äh, Grapple Tournament. Eigentlich so ein richtig cooles, äh, äh, Game, ein Shooter wie, so, ja, Unreal-mäßig und, äh, man hat auch so einen, ja, so einen Enterhaken, wo man sich schwingen kann und so weiter und, ähm, mir hat's mega viel Bock gemacht, ich hab's aber auch leider jetzt nicht mehr gespielt, ist ein Early-Axis-Titel, wird also weiterentwickelt. Ich kann, äh, vom ersten Gameplay aus echt nur empfehlen, kostet, äh, 9,89 Euro und, ja, also für 10 Euro. Das Einzige, was man hier jetzt, äh, sich fragen muss, kaufen das so viele, Leute, dass man auch wirklich online damit viel Spaß haben kann. Das ist immer eine Frage bei VR-Titeln, die online sind, äh, aber es gibt auch Bots, gegen die man spielen kann, äh, das hab ich auch gemacht, hat auch Spaß gemacht, aber natürlich ist sowas, äh, viel lustiger, wenn man da wirklich auch, äh, mit anderen Leuten spielt, ne? aber, äh, äh, von, äh, von der Physik her, von Gameplay her, funktionierte super, ich hab auch keinen, äh, Motion-Sickness bekommen, obwohl ich mich da wild rum, äh, geschwungen habe, also, äh, guckt euch das gerne mal an, wenn euch das Gameplay gefällt, könnt ihr euch ja hier auch zuschlagen. So, das ist ein Titel, den ich mir beim Chris-Reality mal angeguckt habe, The Rick, A Star Map to a Murder, und das ist so eine Art Point-and-Click-Adventure-Game in VR, und ich hab, äh, Point-and-Click-Adventure damals geliebt, äh, Zach McReckon, Monkey Island und, äh, Indiana Jones, also, äh, sowas mag ich eigentlich, und, ähm, das Spiel kostet hier 6,24 Euro, ich werd's mir nachher auch noch kaufen, der Entwickler wollte mir keinen Key zur Verfügung stellen, weiß ich nicht warum, ich bin wahrscheinlich zu klein dafür, aber, äh, den, den Titel wollte ich mir echt nicht entgehen lassen, und, äh, für 6,24 Euro, äh, kann man jetzt hier auch nicht viel falsch machen. Wenn euch das, äh, Spiel interessiert, guckt beim Chris-Reality mal rein, lasst ihn auch ein Abo da, und, äh, da wird er sich mit Sicherheit freuen. Ja, zum nächsten Titel, und das ist I Expect You To Die, und das ist ein Titel mit auch sehr viel Inhalt, meiner Meinung nach, ist ein Escape-Room-Spiel, äh, ihr müsst sehr viel hin und her probieren, das Spiel versetzt euch in, äh, verschieden Missionen, und, äh, die sind teilweise echt sehr, sehr knackig, da muss man echt, äh, sehr lange tüfteln, aber macht, hat mir mega viel Spaß gemacht, hab ich auch schon zweimal live gestreamt, solche, solche Missionen, und, ähm, ist ein Titel, wo man auch VR-Neulinge rein, ran setzen kann, äh, weil man sitzt einfach nur, kann sich die ganzen Sachen auch, äh, bequem, äh, zu sich ziehen, äh, per, äh, ja, so ne, ich weiß nicht, wie man das nennt, Laser-Verbindung oder so, äh, man sieht auf jeden Fall so ne Linie und kann sich die Sachen dann ranziehen, und, äh, ja, also, mega gutes Game, äh, 8,39 Euro, lohnt sich definitiv. Red Metal, was ich damals auf der Oculus Rift gespielt habe, hab ich auch, äh, auf der, auf der Rift-Plattform oder auf der Oculus-Plattform richtig, äh, geiles, äh, VR-Puzzle-Adventure, geile Grafik, ähm, coole Atmosphäre, ähm, hatte damals auch, ja, ich sag mal jetzt nicht so wirklich Horror, aber, äh, ab und zu wurde mir so ein bisschen mulmig auch dabei, soll sehr, sehr knackige Rätsel beinhalten, äh, das, was ich gespielt habe, bis dahin ging's eigentlich, aber soll nachher echt sehr, sehr schwer werden, also für Leute, die gerne tüfteln, ist das mit Sicherheit hier was, auch ein richtig guter Titel, kostet 13,74, jetzt nicht so mega günstig wie, äh, die anderen Titel, die ich jetzt hier vorgestellt hab, aber, äh, definitiv empfehlenswert, Leute. So, da kommen wir auch zum Rainbow Reactor, äh, was auch von einem deutschen Entwickler ist und, äh, ja, jeder kennt ja diese Handy-Games, sag ich mal, und, äh, die haben sich gedacht, warum machen wir dieses Handy-Game nicht in VR und, äh, ja, man hat hier zwei Seiten, von links und rechts kommen so eine Art, äh, ja, Bahn, wo Kugeln ankommen, die müssen wir dann in diese, in diese Öffnungen werfen, die wir hier sehen und, äh, wenn man dann immer so drei- oder vierer Paare bildet, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dann platzen die halt, man bekommt Punkte und dann wird es nachher immer schwerer und schneller, äh, cooles Game eigentlich, äh, ist leider nicht so gezündet, wie man erhofft hat, muss man leider sagen, aber, äh, also wer diese Handy-Games mag, der sollte hier definitiv zuschlagen, also, das ist besser als jedes Handy-Game, grafisch, auch wenn man in diesem Raum steht, in dieser, äh, sag ich mal, in diesem Reaktor, sieht grafisch echt bombastisch aus, also, hat mir echt gefallen und, äh, Leute, 3,74 Euro sollte hier definitiv zuschlagen. Damit unterstützt er auch einen deutschen Entwickler und, äh, tut auch noch was Gutes dafür. So, ich weiß gar nicht, wie viele Games wir noch hier haben, aber es sind noch ein paar Vox Machine, das ist auch ein Game, äh, was ich, äh, auch ab und zu mal gespielt hab, schon länger nicht, ich wollte echt mal nochmal reinschauen, hat echt mega geile Bewertungen und, äh, ja, wir schlüpfen in einen Mech rein, und bekämpfen andere Mechs, man, äh, hat wirklich einen Multiplayer-Pvp-Modus hier und, äh, das, das Game ist einfach genial, ich weiß auch gar nicht, warum wir es nicht mehr gespielt haben, äh, empfehlenswert, absolut, äh, gute Grafik, man fühlt sich echt in so einen Riesen, äh, Roboter hineinversetzt und, äh, ja, kämpft dann gegen andere, es gibt verschiedene, äh, Versionen von diesen Dingern, äh, die anderen sind schneller, die anderen können mehr abvertragen, können mehr austeilen und so weiter und so fort, also, geiles Game, auch leider, äh, glaube ich, äh, nicht so gut angekommen, wie erhofft, ich weiß es, glaube ich, gar nicht, obwohl es sehr viele gute Bewertungen hat, ne, aber, äh, ich glaube, so viele Leute spielen das gar nicht mehr, kostet 11,54 Euro und ich finde, äh, dafür einfach bombastisch, hat einen Online-Koop-Modus, Online-Pvp und so weiter und so fort und ich glaube, da müssen wir echt nochmal reingucken mit der Community, vielleicht kriegen wir da nochmal coole Matches hin, könnte man dann auch einen Livestream machen, also, äh, auch ein Spiel, was sich, äh, lohnt, definitiv, wer auf solche Gameplays steht, ne. Ja, dann haben wir was für die Autorennfahrer, Assetto Corsa Ultimate Edition und, äh, kostet hier 7,88 Euro und das beinhaltet alle, alle DLCs, die es für Assetto Corsa gab, ich habe es, glaube ich, nur einmal gespielt, Autorennspiele sind für mich nicht so, ich habe damals, habe ich echt, äh, ziemlich Emotion-Sickness da gehabt, ähm, dann habe ich Project Cars auch nochmal gespielt, äh, da ging es dann nachher mit ein bisschen, ja, Übung, sage ich mal, aber Assetto Corsa mit diesen ganzen, äh, DLCs, sage ich mal, da könnt ihr eigentlich auch nichts falsch machen für 7,88 Euro, die Leute, die gerne Simulation, die Rennensimulationen, fahren, sollten ihr definitiv zuschlagen. Okay, und dann haben wir auch wieder Tower Tag, äh, auch wieder von den deutschen Entwicklern und das sind die VR-Nerds, äh, die kennt man ja von, ja, von YouTube auch und, äh, haben, haben auch eine Homepage, eine eigene und, äh, ja, die haben ein cooles, ähm, ja, Spiel entwickelt, sage ich mal, Tower Tag, äh, habe ich auch schon zweimal gestreamt, hat mir mega viel Spaß gemacht, auch wenn ich da teilweise schlecht war, dann war ich wieder was besser, also, äh, ja, man weiß es nie und man teleportiert sich von Plattform zu Plattform, das funktioniert echt mega gut, äh, Gameplay hat mir echt Spaß gemacht, die Säulen hätten ein bisschen größer sein können, damit man sich besser verstecken kann, aber, äh, ja, mega Gameplay, ähm, sieht gut aus, macht Spaß, äh, ja, hat einen PvP-Modus natürlich und hat mehrere Spielmodis auch drin, also, äh, guckt euch das Gameplay mal gerne bei mir an, ähm, auf meinem Kanal, kostet 6,74 Euro und auch für so einen Titel echt, äh, nicht so viel, lohnt sich auf jeden Fall und unterstützt ja auch wieder deutsche Entwickler. Ja, da sind wir bei A Chair in a Room und, äh, das ist nur was für Horrorfans, also, das ist teilweise echt sehr, sehr creepy, habe ich auch auf meinem Kanal, äh, komplett durchgespielt, könnt ihr euch auch gerne anschauen und, ähm, ist ein Horror-Titel, der, den muss jeder spielen, der Horrorspiele gerne hat, ähm, hat auch eine coole Story drin, also, sehr cool gemacht, leider nicht auf Deutsch, nur auf Englisch, äh, kostet 11,49 Euro und, äh, ja, ist auch hier sehr empfehlenswert, meiner Meinung nach, aber, wie gesagt, nur für Horrorfans. Ja, Powerbeats VR und, äh, das sind auch deutsche Entwickler und, äh, ich habe da auch noch drei Keys zu verlosen, äh, die werde ich, äh, ich glaube erst im neuen Jahr schaffen, leider mit dem Gameplay. Ich wollte es aufnehmen mit der Valve Index, dann ist mir der Controller kaputt gegangen und, äh, ja, jetzt stehe ich erstmal mit der Oculus Quest da, kann über Linkkabel auch aufnehmen, aber das ist teilweise echt, äh, aufwendiger als mit der Valve Index zu spielen und ich glaube, äh, jetzt auch durch die Feiertage und so weiter schaffe ich das erstmal nicht, das, äh, dieses Jahr noch zu machen und, äh, aber ich werde da drei Keys definitiv verlosen. Danke auch an, äh, an die Entwickler von Powerbeats VR, die mir das, äh, Spiel hier zur Verfügung gestellt haben und auch die Keys für die Community. Mega Aktion, geil. Und, äh, das ist auch ein Titel Musik-Rhythmus-Game und, äh, man kann sich hier mega auspowern, also, äh, ich hab's, ich hab's, wie ihr seht, nur mal zehn Minuten oder 15 Minuten so gespielt. Echt, ich war am Schwitzen, wie ein, ne, ihr wisst ja, wie ein Schwein und, äh, also sehr, sehr krass und, äh, da gibt's auch verschiedene Schwierigkeitsstufen. Mega Word-Out-Game, äh, muss ich sagen, äh, hat mir Spaß gemacht und wird's definitiv, äh, da mal so ein Halbstunden-Video geben und auch, äh, dann mit einem Gewinnspiel. Kostet 13,99 und, äh, wer gerne abnehmen möchte und fit bleiben möchte, der sollte sich das hier definitiv zulegen für 14 Euro. Ich glaub, wenn man das, äh, jeden Tag spielt, äh, da purzeln die, äh, die Bäume. Da purzeln die Funde auf jeden Fall. Äh, das könnt ihr mir glauben. Aber, äh, in Kombination mit Thrill of the Fight, ja, bitte. So, das war auch schon das Ende von Steam, von dem Steam Sales und jetzt kommt noch mal Fanatical, äh, da gibt's Bundles und, äh, ich hab's auch in der VR News Live-Sendung schon vorgestellt mit Chris und, äh, ja, ich kannte die Seite hier gar nicht, ähm, hab ich auf dem VR-Forum gesehen, VR-Forum.de und, ähm, ja, ist auch eine gute Seite. Ich hab, äh, Trustpilot auch noch mal geguckt und, äh, hat sehr gute Bewertungen und, äh, hier könnt ihr euch Bundles machen, also zwei Games zum Preis für 7,09, dann 10,15 Euro für 3 und 15,19 für 5 Spiele. Sind ein paar coole Games dabei, Sprintvector ist cool, Raw Data, das hat der Hoshi 82 mal, äh, gezeigt auf seinem Kanal, könnt ihr euch mal anschauen, ob das was für euch ist. Battle Wake war eigentlich auch ein cooler Titel, ähm, Dungeon Treasure hab ich jetzt nicht gespielt, aber hier habt ihr auch wieder Rainbow Reactor, Narcosis soll cool sein, hat der Chris gesagt, also cooles, äh, Horror Game, glaub ich auch momentan im Steam Sale runtergesetzt. Conductor sagt da, äh, Chris ist auch gut. Also da könnt ihr euch gerne so Pakete zusammen, äh, schnüren und, äh, bezahlt dann halt den Preis, den ihr hier seht, für diese Pakete, die ihr gekauft habt. Also definitiv, äh, auch, äh, mal einen Blick wert, ähm, wenn ihr jetzt sowas nicht im Steam Sale findet und sagt, boah, da sind jetzt echt drei oder fünf Spiele dabei, die ich echt gut finde, dann, äh, ja, schaut definitiv mal rein und kauft die da. Ja, Leute, wie gesagt, es kann natürlich sein, dass ich das ein oder andere Spiel vergessen hab, wenn es so sein sollte, gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wenn ich ein Spiel vergessen hab, was definitiv in die Liste gehörte und, äh, was super, mega runtergesetzt ist und, äh, ja, spielenswert ist natürlich auch. Und, äh, ja, das Video war jetzt schon ziemlich lang, ich hoffe, es war nicht zu lang, aber, äh, ja, das sind die Spiele, die ich für mich so sage, die könnte man sich definitiv mal anschauen, weil die jetzt runtergesetzt sind und, äh, ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen und, äh, wenn ja, natürlich gerne ein Like raus, Abo-Button nicht vergessen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt und, äh, ja, am besten ist aber auch, wenn ihr mir Feedback in die Kommentare gebt, äh, ob das jetzt wirklich interessantes Video war für euch, wo ihr sagt, ja, cool, das ist das ein oder andere Game, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, was ich jetzt, äh, mir definitiv holen werde und mir angucken werde oder sagt ihr ja so, äh, ja, angeschaut und mir selbst die Sachen rausgesucht. Wie gesagt, gerne mal Feedback ist mein erstes Sale-Video, von daher, äh, ja, erwartet jetzt nicht so viel, aber, ähm, ja, das waren jetzt einige Games und ich glaube, das waren jetzt fast 40 Minuten, wo ich, äh, die Spiele jetzt so ein bisschen vorgestellt hab, aber, äh, ja, wenn ich noch angefangen hätte, Trailer zu zeigen, dann wär's, glaube ich, ja, ein 4-Stunden-Video geworden. Ja, Leute, wie gesagt, gerne, äh, in die Kommentare, ähm, ja, ob euch's gefallen hat, Kritik natürlich gerne auch, äh, wenn ihr irgendwelche konstruktive Kritik habt, was ich verbessern kann, dann gerne da rein und, äh, falls ihr das ein oder andere Spiel jetzt habt, was nicht in der Liste war, dann gerne auch in die Kommentare und jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, falls wir uns jetzt nicht mehr sehen sollten in den ein oder anderen Livestream und, äh, ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund, das ist das Wichtigste und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Bis dann, ciao! 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 Ciao!